Ja, meine Freunde, heute eine packende Folge FCA aktuell für euch mit einigen Themen im Gepäck. Ja, in der Länderspielpause war es natürlich bei mir auch etwas ruhiger auf dem Kanal, habe aber die Themen für euch natürlich gesammelt und wollte die jetzt einfach gebündelt mit euch besprechen. Unter anderem werden wir einen Ausblick machen in diesem Video auf die kommenden Spieltage. Hierzu ist auch eine Umfrage unterwegs auf dem Kanal im Community-Tab oder findet statt. Schaut da einfach mal rein und stimmt gerne ab. Wie viele Punkte holen wir jetzt bis zur Winterpause? Aktuell sagen die meisten sechs bis acht, darüber sprechen wir auch gleich. Aber fangen wir mal an mit dem ersten Thema von einigen heute und das ist Trainingslager. Die Winterpause wird nicht lange gehen. Es ist unglaublich, wie schnell jetzt irgendwie doch alles vorbeiging. Gucken wir auf den Spielplan. Am 20.12. spielen wir in Stuttgart und danach ist Winterpause. Die Winterpause ist aber sehr kurz. Sprich, man hat dann elf Tage bis neun Jahre und dann sind es zwei Wochen. Dann ist schon wieder Spiel gegen Leverkusen zu Hause. Also ich finde es sehr gut, dass kurz Pause ist. Dementsprechend werden wir im Flow bleiben. Hier wird man wohl nicht in ein Trainingslager gehen, sondern hat sich entschieden, vor Ort Teambuilding-Maßnahmen zu machen. Man möchte wohl auch einen Tag irgendwie zusammen fortgehen oder so. So habe ich es zumindest rausgelesen. Es soll ein Testspiel stattfinden. Finde ich grundsätzlich gar nicht so schlecht. Es ist eine kurze Zeit. Warum dann großaufwendig in ein Trainingslager gehen. Man kann das Ganze auch gut in Augsburg machen. Also diese Entscheidung ist wohl so gut wie gefallen. Aber natürlich kann sich da kurzfristig vielleicht noch was tun. Aber das ist zumindest der aktuelle Stand. Ja, ganz interessant ist hier natürlich jetzt der Ausblick auf die kommenden Wochen. Wir fahren jetzt nach Union. Dazu wird es ja einen spackenden Vorbericht geben hier auf dem Kanal. Die hatten einen Trainerwechsel. Natürlich maximal undankbar für uns. Wir haben gesehen, was ein Trainer-Effekt ausmachen kann. Nämlich so eine kleine Euphorie in der Mannschaft. Jeder will sich beweisen, zeigen. Auf einmal läuft es wieder. Nichtsdestotrotz könnte hier was für uns gehen. Gegen Union spielen wir traditionell unfassbar gerne. Dann geht es zu Hause gegen Frankfurt. Ich sage, zu Hause geht immer was für uns. Auch wenn die Eintracht sehr stark ist. Dann müssen wir an die Weser. Ja, vom Niveau her, von der Qualität bei den Mannschaften ähnlich unterwegs. Hier könnte was für uns gehen. Zu Hause gegen Dortmund wieder ein Heimspiel. Aber das ist natürlich immer hart. Aber Dortmund ist nicht gut drauf. Wer weiß. Vielleicht können wir sie wieder mal ärgern. Ab und zu haben wir es ja doch geschafft. Und dann geht es nach Stuttgart zum VfB. Schauen wir mal, wie sie bis dahin unterwegs sind. Das wird aber ein brutal hartes Spiel. Weil ich glaube nicht, dass die groß einbrechen werden. Die Form ist schon, das ist keine Form mehr. Das ist auch kein Trend mehr. Die Mannschaft unter Hoeneß ist wirklich eine Truppe, denen man auch die Top 7, finde ich, in der Liga zutrauen kann. Das wird sehr hart. Also in meinen Augen fast das schwierigste Spiel von allen ist in Stuttgart. Unfassbar, was ich das eigentlich sage. Aber so ist mein Gefühl. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welches dieser Spiele findet ihr am schwierigsten bis zur Winterpause? Das Spiel gegen Leverkus ist, wie gesagt, erst danach das Klammer mal aus. Aber das wäre dann das Schwierigste. Aber das zähle ich jetzt nicht dazu. Schreibt mir mal gerne rein, welches empfindet ihr als das Unangenehmste? Also für mich ist das Spiel definitiv in Stuttgart so zum Gefühl das härteste. Ja, das ist so ein bisschen mal der Ausblick. Ihr könnt, wie gesagt, gerne mal bei der Umfrage teilnehmen, wie viele Punkte ihr uns dazu traut bis zum Ende der Hinrunde oder bis zur Winterpause. Ich glaube, das ist dann der 16. Spieltag, wenn mich nicht alles täuscht. Also sagt mal, bis zur Winterpause. Stimmt da gerne mal mit ab. Mal schauen, was für ein Ergebnis dabei rausspringt. Und dann kommen wir zu Masai Okugawa. Der hat sich ja im Testspiel gegen Regensburg leider verletzt. Da habe ich mir ganz viel Sorgen gemacht. Ich glaube, viele auch von euch hatten ein super Spiel gemacht. Also sozusagen die beiden Ersttore von uns auch vorbereitet. Man hat einfach gesehen, was der Junge drauf hat. Kreativität, agil, sehr spielintelligent, auch in den Räumen immer gut unterwegs. Und ja, dann hat man natürlich sich, nachdem er jetzt am Anfang der Saison uns schon lange gefehlt hat, verletzungsbedingt gleich Sorgen gemacht. Oh mein Gott, hoffentlich nichts Schlimmeres. Also richtig zum Zug kam er ja noch nicht, weil er gerade eben aus dieser Verletzung kommt. Aber es ist scheinbar nichts Schlimmes. Es ist nicht, sondern eher eine, ja, Blessur. Er wird wohl auch schon diese Woche ins Training einsteigen können. So ist zumindest mein Stand. Ich weiß nicht, ob, wann, wie. Ob er dann für Union schon ein Thema ist, das weiß ich nicht. Aber spätestens wohl gegen Frankfurt. Wichtig ist, keine schwere Verletzung. Masaya ist wahrscheinlich schon diese Woche wieder im Training. Zumindest gehe ich mal davon aus. Also das ist eine sehr gute Nachricht. Sehr, sehr erfreulich hier. Weil er wird für uns auch in Zukunft wichtiger werden. Ich kann mir vorstellen, dass Gadbelli und Okugawa sich im Testspiel sehr gezeigt haben. Dass die natürlich, dass Jess Torrup das auch registriert hat. Und Masaya Step für Step mehr Spielminuten auch bekommen wird. Ja, und dann kommen wir gleich zum nächsten Kandidaten, über den wir sprechen werden. Das habt ihr sicherlich alle auch schon mitbekommen. Denn Dion Bellio ist unzufrieden. Hat er auch ganz offen geäußert. Ist ja auch verständlich. Er hat unter Torrup in zwei Spielen nicht gespielt. Das waren ja jetzt insgesamt vier Spiele. In Hoffenheim wurde er erst in der Nachspielzeit eingewechselt. Da hatte er noch diese tolle Konterschance. Wo er den Pass ein bisschen zu, ja, den Kontermoment für uns ein bisschen halt wasted. Den Pass nicht im richtigen Moment spielt. Und gegen Wolfsburg ist der 78. Minute eingewechselt worden. Also das ist natürlich viel zu wenig. Das macht so knapp 15, 16 Minuten in vier Spielen. Das ist unter Torrup auf jeden Fall enttäuschend für ihn. Der Junge hat so viel Potenzial. Müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber aktuell ist einfach Tietz auch in einer super Form und macht das gut. Er konkurriert wohl einfach auch mit ihm um diesen Platz. Ich gehe einfach davon aus, dass Demirovic die nächsten Wochen und Sven Michel beide mehr hängen spielen werden. Und da ist einfach für Bellio so ein bisschen jetzt das Pech, dass einfach Philipp Tietz so in Topform ist. Für uns ist es natürlich gut, dass wir zwei so richtige Neuner vorne haben, die auf einem ähnlichen Niveau sind. Bellio ist sicherlich auch der mit Ball, der bessere als Tietz. Also 100 Prozent. Der hat Zehner-Qualitäten, der ist spielintelligent, der kann wirklich was. Aber Tietz ist einfach so nochmal dieser körperlich stärkere Spieler, der Mentalitätsspieler, der einfach sich in alles reinschmeißt. Also sie sind unterschiedlich, trotz ähnlicher Statur. Und vom Talent her ist Bellio sicherlich, hat er mehr als einen Tietz. Aber aktuell kommt er an Tietz noch nicht vorbei, weil der einfach schon länger in Deutschland spielt und einfach auch ein guter Stürmer ist. Und das ist so ein bisschen Pech für Bellio. Wenn Demirovic gerade auch im Zentrum bleibt, wovon ich einfach ausgehe, wird es da einfach einen heißen Konkurrenzkampf geben. Aber ich gehe schon davon aus, dass es auch ein bisschen Belastungssteuerung geben wird. Ja, und Bellio seine Minuten kriegt. Gerade mit dem tollen Spiel in Regensburg, wo er drei Tore gemacht hat und eigentlich auch einen Assist, hat er sich natürlich mega empfohlen. Und wer weiß, vielleicht startet er auch schon gegen Union. Also ich glaube, Bellio ist gar nicht so weit weg, aber natürlich die Minuten letzter Zeit können ihn nicht glücklich stimmen. Da werde ich auch gleich nochmal zitieren. Bevor ich zitiere, nur als Vergleich, er hat unter Enrico Maaßen zum Beispiel gegen Darmstadt 90 Minuten gespielt, davor gegen Freiburg und Mainz insgesamt nur 20, gegen Leipzig 45, gegen Bochum 87, also gegen Gladbach 32. Es war einfach so die Tendenz, dass wenn er eingewechselt wird, dann einfach schon ab der 60. rum, so ungefähr kann man es auf jeden Fall sagen. Also er hat auf jeden Fall mehr Minuten von der Bank bekommen und hatte halt auch Spiele, wo er anfangen durfte. Ja, und dieser Trend ist aktuell nicht da. Aber ich sage zu dir, und ich mache mir ja gar keine Sorgen, Kopf hoch, Junge, bei dem, was der mitbringt, der wird sich irgendwann so oder so auch in den A-Kader widerspielen. Aktuell ist er also einfach so ein bisschen der Leidtragende, dass es bei uns einfach auch gut läuft davon. Man kann es auch bei Namen nennen, dass es bei Philipp Tietz so gut läuft. Ja, aber vielleicht probiert Jess Torup auch mal Tietz und Bellio. Bellio dann hängen, dann wäre halt wieder diese Sache, dass wahrscheinlich Demirovic auf den Flügel ruckt, vielleicht mal mit dem Vargas. Wie gesagt, ich bin kein Fan von, ich bleibe dabei. Wenn Demi aber auf dem Flügel spielt und wir Erfolg haben, dann ist es mir recht. Diese Variation gibt es auch noch, nur ich bin einfach kein Fan von, weil Demi ist einfach immer noch ein gelernter Neuner, wenn dann mit Tietz, Bellio und Demi drei gelernte Neuner auf dem Platz sind. Das tut einfach auch dem Spiel dann seine Würze geben. Dann wird es ein bisschen unkreativer. Aber ja, ist meine Meinung, solange Torup das so aufstellt, dass wir Erfolg haben, ist mir das natürlich auch recht, das mal zu probieren. Der Erfolg gibt ihm ja aktuell recht. Genau. Aber Bellio hat sich empfohlen. Noch mal ein paar Zitate hier dazu. Ich bin sehr enttäuscht, wie die vergangenen Wochen gelaufen sind, sagt er gerade über die Einsatzminuten. Das hat er sich negativ geäußert. Wenn ich in den Spielen meine Chance bekomme, will ich sie nutzen, so wird der Erfolg zurückkommen. Ich werde um meine Position kämpfen und bekomme hoffentlich mehr Minuten, so er im Wortlaut. Also er will auch jede Minute nutzen. Er hat auch mal auf Instagram einen Post gemacht. Jede Minute zählt, wo er spielt. Selbst wenn man ihn reinbringt, er wird dieses Mindset mitbringen. Er muss in diesen Minuten auch liefern. So kommst du halt dann wieder rein in die Mannschaft. Also er hat die richtige Einstellung. Bei ihm mache ich mir keine Sorgen. Er war auch enttäuscht, dass er für Kroatien dann nicht nominiert wurde. Jetzt wurde er aber nachnominiert aufgrund einer Verletzung. Also da ist er auch wieder dabei. Genau, das zu Dion Bellio. Dann noch so eine letzte Info. Ich fand es trotzdem interessant, weil Enno ist trotzdem noch einer von uns. Er ist auch noch in Augsburg. Ja, er hat scheinbar ein Angebot abgelehnt. Und zwar Rapid Wien war interessiert. Nach Sondierungsgesprächen hat er eine Absage erteilt und sich entschieden vor, es ist keine neue Aufgabe anzutreten. Die haben jetzt auch einen neuen Trainer. Und das müsste Robert Klaus sein, der mal bei Nürnberg tätig war. Genau, also Enno hat sich hier erstmal entschieden, nichts Neues anzufangen. Vielleicht braucht er auch einfach noch ein bisschen Zeit. Ich bin mir sicher, er wird auch noch einen spannenden Job für sich finden. Und es war wahrscheinlich für ihn auch eine sehr intensive Zeit. Es war sein erster Trainerposten. Ich denke auch irgendwas an Augsburg einfach irgendwo jetzt auch hängt noch. Er hat sich das ja auch alles anders vorgestellt. Ja, ich wünsche ihm ja hier, wie gesagt, eh nur das Beste, weil er menschlich eine Granate war, eine 10 von 10. Und er hofft zumindest, was ich so wahrgenommen habe von außen. Also sehr nahbarer Trainer. Ich wünsche ihm da auf jeden Fall, dass er für sich die richtige Entscheidung trifft und wir ihn vielleicht auch irgendwann wieder im deutschen Fußball sehen. Genau. Also, das war so ein bisschen die Folge FCA aktuell. Wie gesagt, schreibt mir unbedingt zu, wer ist für euch bis zur Winterpause der schwierigste Gegner? Wie viele Punkte können wir holen? Macht einfach bei der Umfrage mit. Die nächsten Wochen wird es, wie gesagt, wieder knackiger. Es war nun mal sehr ruhig jetzt einfach, jetzt in der Länderspielpause. Aber, wie ihr seht, bis zum 20.12. gibt es keine Ruhe mehr. Also auf dem Kanal wird es wieder richtig rund gehen. Und es kommt natürlich ja auch noch die Transferphase mit Gerüchten, Abgängen etc. Da werden uns ja einige auch verlassen. Wahrscheinlich auch ein paar werden verliehen werden. Der Kater wird schmaler werden. Vielleicht kriegen wir auch noch Spieler rein. Natürlich wird uns das alles dann auch beschäftigen, wenn es jetzt dann so langsam losgeht. Sprich, es wird jetzt die nächsten Wochen wahrscheinlich richtig rund gehen. Genau. Und wer Lust hat, kann auch gerne auf meinem neuen Gaming-Kanal vorbeigucken. Da mache ich gerade eine FM-Karriere mit dem FC Augsburg. Da ist heute sogar die Folge mit dem Spiel gegen Union Berlin hochgeladen worden. Na, der Spielplan ist da eben genau wie in echt. Für die, die Interesse haben, schaut da vorbei, lasst gerne ein Abo da. Würde mich extrem freuen. An dieser Stelle, ich bin erstmal raus. Wir sehen uns hier auf dem Kanal spätestens am Donnerstag zum Vorbericht für das Spiel gegen die Eisernen. Und dann heißt es wieder, auf geht's Augsburg. Kämpfen und Siegen. Genau. Euer Dennis. Ich sag, ciao, ciao. Schöne Woche noch. 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 Amen.